die glocke von schiller die glocke von schiller also so werden die glocken gebaut hier im kümuland ich kann das auch gleich mit dem mittagsgrill verbinden ja im kümuland ist immer etwas los kunst ökologie musik und optimismus was war zuerst war das feuer oder die kohle die glocke wird geschmiedet so Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann das Feuer das Eisen spalten. Wunderbar. Wunderbar.